Hey Leute, einige Leute haben sich ja schon gefragt, Terra, warum ist die Liste nicht aktualisiert? Oder auch, warum bist du um 14 Uhr noch nicht eingeloggt? Ich zeig's euch, ganz einfach. Hier, Charakter gebannt. Gestern gegen 17 Uhr hat der Support meinen Noxytrox und Max, also ReRevenge Account gebannt, aus dem Grund, dass ich diese beiden Accounts gesittet habe. Ich wusste ja, dass Sitting erlaubt ist, nur was ich nicht wusste, dass es wohl nicht erlaubt ist, zwei Accounts auf einmal zu sitten. Und da Noxy und Max beide im Urlaub sind und ich dachte mir als Gelegenleiter, okay, ich hab Zeit, ich sitte deren Account, sie sollen ihren Urlaub ruhig genießen, ich mach das, kein Problem. Naja, war dann doch ein Problem, weil der Support hat dann wohl gesehen, dass meine IP drei Accounts spielt und hat daraufhin alle drei Charaktere permanent gesperrt, wie immer. Und jetzt nach ewiger Diskussion mit dem Support hat der Support daraufhin reagiert, den Account nur noch sieben Tage zu sperren. Naja, und jetzt steht es hier, gesperrt bis zum 16.07.13.59 Uhr und naja, es ist trotzdem ziemlich bescheiden. Ich meine, es ist in dem Sinne mein Selbstverschulden klar, aber ich hab mich beim Support entschuldigt. Ich hab gesagt, ich wusste es nicht, es war keine Absicht, ich wollte damit weder irgendjemanden oder ich wollte mir keinen Vorteil verschaffen oder irgendwas anderes, sondern einfach nur zwei Freunden helfen, die gerade Urlaub haben und einfach nur, dass sie den Urlaub genießen können, ohne sich großartig Sorgen um Shakespeare zu machen. Naja, Entrose der Tat, seht ihr. Naja, ich bin Gildenleiter von Remember Us, der aktuell stärksten Gilde und kann mich sieben Tage nicht einloggen. Aber ich habe Offiziere, nette Offiziere, Thioneman, Maurizio und Chris und die werden das hoffentlich regeln. Mit Chris bin ich schon die ganze Zeit am reden. Und Thioneman muss auch noch informiert werden darüber, oder generell meine ganze Gilde, dass ich mich sieben Tage nicht einloggen kann. Aber das Welt eher, oder die meisten vielleicht jetzt eher erfahren, da ich diese Videocard aufnehme. Und naja, das heißt damit auch kein Tagebuch mehr sieben Tage lang. Sieben Tage lang kann ich nicht mehr zeigen, was gerade passiert. Und ich kann auch die Liste nicht mehr aktualisieren. Deswegen werde ich mit dem GameTutler jetzt reden, dass er vielleicht die Zeit findet, dieses Tagebuch weiterzuführen und dass ihr bei ihm dann täglich gucken könnt, was gerade bei Remember Us los ist in der Gilde mit den Rates und so weiter und so fort. Und vielleicht finde ich ja jemanden, vielleicht gerade auch jemanden, der zuguckt, der Lust hat, meine Liste weiter zu aktualisieren, der auch Zugriff auf den Server hat, weil ich selbst kann mich nicht mehr einloggen auf diesen Server und nicht mehr gucken, was gerade los ist. Das heißt, wenn da jemand Lust hätte, der kann mich gerne anschreiben, den würde ich dann für die Liste freischalten und der dürfte das dann für mich mit überarbeiten oder bearbeiten. Und naja, jedenfalls bin ich jetzt sieben Tage gebannt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Bin ich da selber schuld? Habe ich es verdient? Ich weiß nicht. Also es kommt mir eh schon öfter so vor, als hätte da irgendjemand es auf mich abgesehen, immer wieder. Wenn man sieht, oh, Terranigma, der macht da was oder der macht da etwas Größeres, dann ist es sofort, okay, gucken wir mal alles durch. Welche Möglichkeiten gibt es denn, ihn zu bannen oder ihn zu stoppen oder aufzuhalten? Vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß nicht, ich will auch niemanden jetzt beschuldigen. Aber es ist halt irgendwie ziemlich blöd, weil ich habe ja in der letzten, können wir trotz kurz überreden, in der Vergangenheit habe ich in Shakespeare natürlich einige Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren. Zum Beispiel S30 mit dem Multi-Accounting, wo ich es wirklich gemacht habe, auch nicht gewusst habe, dass das gar nicht so in Ordnung ist. Wie gesagt, ich hatte Leute im Video, wenn ihr Gilde wollt, erstellt euch noch einen Account und mit dem könnt ihr ja Gold spenden. Und erst im Nachhinein habe ich dann gedacht, okay, das war eigentlich schon ziemlich blöd. Und dann noch die Sache mit Seelenblind, wo ich die halbe Gilde gekriegt habe, damit die stärksten Leute reichen können, damit wir Rang 1 werden. War auch ziemlich blöd. Gebe ich zu, habe ich auch zugegeben, ich habe mich schon oft dafür entschuldigt gehabt. Aber natürlich vergessen das die Leute nicht und wahrscheinlich auch das Support nicht. Und wenn sie dann sehen, dass so ein Terranigma, der schon so schlecht aufgefallen ist, dann vielleicht etwas Größeres, Erfolgreicheres gründet auf dem Speed-Server, das sei dem dann nicht gegönnt. Oder ist es als Einbildung. Naja, ist ja auch egal. Ihr wisst es, sieben Tage bin ich jetzt gebannt. Es gibt keine Videos vom Speed-Server. Wenn ihr sehen wollt, kann ich natürlich was von W14 zeigen oder von W7 oder S35, wenn ihr das wollt. Ansonsten überlege ich mir was anderes. Vielleicht ein paar LOL-Let's Plays oder von Ozu oder irgendwas anderes. Vielleicht ein paar Live-Streams. Aber leider kann ich jetzt sieben Tage lang nichts auf dem Speed-Server zeigen, was mir wirklich sehr leid tut. Und naja, in dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal.